Sie können sich sicher an die starke Häufung von Rinderwahnsinn in den 1990er Jahren erinnern. Die an Brionen erkrankten Tiere versterben innerhalb von kürzester Zeit. Bei den Menschen treten Brionenerkrankungen als Kreuzfeld Jakob Krankheit in Erscheinung. Die betroffenen Patienten fallen durch Gangstörungen, durch einen rasch fortschreitenden geistigen Abbau und Demenz auf. Die Erkrankung ist selten, aber verläuft in 100% der Fälle tödlich. Und leider gibt es bis heute keine effiziente Therapie. Wie aber entwickeln sich diese Brionenerkrankungen? Alle Säugetiere, inklusive der Menschen, haben in den Nervenzellen viele verschiedene Eiweisse. Eines dieser Eiweisse ist das Prionprotein. Es kann sich nun entweder spontan oder nach Kontakt mit einem fehlgefalteten Eiweiss miss- oder fehlfalten. Diese missgefalteten Eiweisse können sich aufeinanderstapeln und sehr lange Strukturen bilden. Die gängige Hypothese besagt, dass sie sich vermehren, indem sie auseinanderbrechen. Und dann können jeweils an den Enden sich wieder weitere missgefaltete Eiweisse ablagern. Diese Fehlfaltungen und diese Ablagerungen führen dann zu einem Absterben von den Nervenzellen in den Gehirnen der betroffenen Tiere. Und wie wir eingangs gehört haben, zu diesen Symptomen, wie fortschreitenden geistigen Abbau oder Gangstörungen. Diese Ablagerungen von missgefalteten Eiweissen können mit Färbemitteln unter dem Mikroskop sichtbar gemacht werden. Eines dieser Färbemittel sind die lumineszenten konjugierten Polytheophene. Dies sind synthetisch hergestellte Moleküle, die sich an diese missgefalteten Eiweisse binden und die sie dann für den Untersucher unter dem Mikroskop sichtbar machen. In unserem Projekt gingen wir der Frage nach, ob diese lumineszenten konjugierten Polytheophene nicht nur in der Diagnostik, sondern auch in der Therapie verwendet werden könnten. Wir haben unsere Hypothese in einem Mausmodell für Prionenerkrankungen getestet. Als erstes Experiment haben wir eine Mischung aus verschiedenen Färbemitteln verabreicht. Wir haben gesehen, dass die Mäuse, die mit der Mischung der Färbemittel behandelt wurden, signifikant länger überlebten als die Mäuse, die nicht behandelt wurden. Wir haben uns dann gefragt, was macht es aus, dass ein Molekül effizient ist. Deswegen haben wir dann diese Mischung auseinandergenommen und nur noch einzelne Substanzen verabreicht. Dabei haben wir gesehen, dass gewisse Substanzen keinen Effekt auf die Überlebenszeit hatten und wiederum andere konnten die Überlebenszeit von Mäusen signifikant erhöhen. Wir haben gesehen, dass Moleküle, denen diese Karboxylgruppe fehlt, keine Effizienz besassen, währenddessen Moleküle mit diesen Karboxylgruppen an den Enden effizient waren. Unser nächstes Ziel war nun, diese Substanzen weiter zu verbessern. In Zusammenarbeit mit anderen Wissenschaftlern, die Computersimulationen durchführen, konnten wir verstehen, wie diese Moleküle dreidimensional an Eiweissablagerungen binden. Mit diesem Wissen und der Zusammenarbeit unseren Chemikern konnten wir nun die Substanzen weiter verbessern und haben Substanzen gefunden, die die Überlebenszeit der Mäuse nun verdoppeln konnten. Unsere Hoffnung besteht nun, dass diese Substanzen auch als Therapie bei Jan Kreuzfeldt-Jakob krankheitleidenden Patienten angewendet werden können. Dazu sind jetzt allerdings präklinische Studien notwendig. Neben den Prionenerkrankungen gibt es noch weitere Erkrankungen, die sich dadurch auszeichnen, dass fehlgefaltete Eiweisse ablagern. Beispiele dafür sind Parkinson und Alzheimer. Eine weitere Hoffnung besteht nun, dass diese Färbemoleküle, die wir benutzt haben, auch eine Anwendung als Therapie bei Parkinson und Alzheimer hätte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017